Hallihallo und herzlich Willkommen alle zurück bei Gravehead Keeper. So, wir haben zuletzt geschlafen. Wir haben hier die eine Laiche weggepackt, die haben wir ins Wasser geschmissen. Daraufhin wurde uns hingewiesen, dass wir die besser verbrennen sollen. Ich werde jetzt da unten nochmal mal gucken, ob es hier unten irgendwas gibt. Das kann man hier halt noch was reparieren. Fixes Gorbhatch. Aha. Ja, Stein haben wir theoretisch und einfach Eisenteile, Eisenstücke, die müssten wir auch haben. Können wir gleich mal nachgucken. Auf jeden Fall hier sollte man, ich weiß nicht, ob man hier jetzt irgendwie Feuerbestattungsort entfernen. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Aber nun. Dann holen wir jetzt mal hier jetzt, stellen wir jetzt mal Holz hier. Was brauchen wir für Stein? Ach, also einfach Eisenstücke, okay. Das sollten wir hinkriegen. Dann machen wir das mal zuerst. Dann wollten wir das Beta anlegen. Ach Quatsch, ich glaube, das hatten wir hier drin. Einfach Eisenteile und Steine. So, reparieren wir das mal. Weiß man nicht so recht, was das bringt. Ah, okay, dann werfen die die Leichen da hinein, oder wie? Sieht ja so aus. Okay. So, brauchen wir hier noch irgendwas für unser Beetor? Können wir das so herstellen? Nein, dann stellen wir das schon mal so her. E-Pflanzen, wähle Samen oder Dünger. Wir haben natürlich noch keinerlei Samen. Da müssen wir mal gucken, wo wir die überhaupt herbekommen. Okay, hier können wir den Garten scheinbar irgendwie noch mal erweitern, oder so. So, packen wir das hier erstmal wieder rein. Was wir nicht mehr brauchten. Steine wieder rein. Und die Eisenstücke. Den Honig. Da brauchen wir auf jeden Fall noch einmal mehr Honig. Damit wir da unten den Kelly da bringen können. Und jetzt erst nur um schnell, ich weiß, wir haben auch noch was in der Kiste, aber wir können ja genauso gut Neues sammeln eben. Kann man scheinbar täglich immer einmal sammeln. Dann sollten wir das auch ausnutzen. So, hier noch einmal. Sehr schön. Also, Beeren brauchen wir definitiv erstmal nicht mehr holen. Da haben wir genug. Wir machen jetzt aber, können wir hier, nö, warum können wir den nicht fällen? Na gut, hier unten war genug Baumstumpf und so. Die werden wir jetzt definitiv erstmal mal ein bisschen Stein hacken, damit wir gleich unser gesamtes hier, unseren gesamten Friedhof endlich mal etwas aufwerten können. Unser Spiegeleit ziehen wir uns jetzt erstmal rein, würde ich sagen, hier. So, haben wir schon mal wieder elf dazu. Und dann hacken wir hier nochmal einen Baum. Ups. Wir nehmen den hier mit. Na, komm. So. Jetzt wird's auch schon wieder Abend hier. Da haben wir reinlegen. So, fertig. Holzmarkierung. Boah, dafür brauchen wir natürlich auch hier erstmal Nägel, ne? Holzscheitbalken. Okay. Das können wir hier noch so Kiste rufen. Heute Sägebock, den haben wir bereits hochverlust. Dann brauchen wir noch Steinvorrat, haben wir auch. Okay. Wo können wir uns die anderen Sachen denn herstellen? Können wir das hier irgendwie? So, dann wollen wir gleich jetzt nochmal gucken, ob wir was unten im Keller. Blumenbeet, Grabshandel. Hier war ja auch nichts weiter. Grabzaun reparieren. Das können wir mal mal hier machen. Hier genauso. Ich würde sagen, die reparieren wir noch schnell. Hier nochmal. Da haben wir, glaube ich, eh keine mehr für, ne? Ne, bräuchten wir jetzt welche. Kreuz, Kreuz. Können wir auch nicht mehr. Na, immerhin war ich schon auf minus 16. Dann gehen wir jetzt mal gucken. Irgendwie ist mir jetzt gerade so ein bisschen fragwürdig, wo warten das noch, wo wir die Sachen dafür herstellen konnten. Er wartet immer noch auf sein Bein, hier können wir Autopsie durchführen, hier können wir nur aufräumen. Dafür brauchen wir noch einiges an Teile. Hier können wir noch was reparieren, da braucht ihr auch ein bisschen was für, wäre nicht so viel. Live herausführen. Ah, toll, okay, dann haben wir uns das draußen gar nichts gebracht, weil wir dann hier drinnen müssen wir das auch noch reparieren. Weil war das hier irgendwie so ein bisschen unnütz. Naja. Gucken wir mal weiter. So, hier war definitiv nichts. Hier war unser ganzes Kochkrimskram. Was können wir hier machen? Kisten. Können wir nicht mehr als Kisten machen. Okay. Die können wir hier irgendwie noch weghacken. Nägel. Nägel und einfache Eisenstücke. Einfache Eisenstücke. Okay, jetzt wird es langsam erschöpft. Ich würde sagen, wir legen uns jetzt besser noch mal kurz schlafen. Bevor nicht schon wieder der komplette Tag rum ist. So, na, noch kurz. Jetzt ist es Mittag. Na, schlafen wir jetzt Ende. Ich fühle mich zu erfrischen. Na, was hat er denn jetzt? Gut, ohne ihn auf dem Frittur ist es viel netter. Das hatten wir doch irgendwie schon mal, oder? Also, irgendwie kommt mir vor, so hatten wir das schon mal. Jetzt sehen wir uns jetzt noch mal, wie traurig es ist und wie wir den Friedhof aufwerten können. Und wie war das bereits in der letzten Nacht schon einmal? Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, weil wir ihn gespeichert hatten und nicht die Aufnahme dann beendet hatte. So, aber jetzt mal was ganz anderes. Da, hier ist nur der Schleifstein. Holzmarkierung können wir da herstellen. Aber wo können wir denn diese Holzverbesserungen herstellen? Wie packe ich da jetzt mal alle rein, hier? Holzreparaturwerkzeug. Mir war so, dass ich das irgendwo gesehen hatte, dass wir es irgendwo herstellen können. Hm. Aber hier war es ja definitiv nicht auf dem Friedhof. Da ist nur das andere Ding. Hier können wir nur auswählen, ob wir Grabstätte und Blumenbeet machen sollen. Da ist nur unsere Kiste. Also das Ganze ist mir gerade irgendwie etwas schleierhaft. Wo ich das gesehen hatte. Also hier drauf. Ne, hier war nur das Beet hier, ne? Unser, ja genau. No, das gibt's doch gar nicht. Warum, wir das hier sehen? Hier können wir nur kochen, kochen. Und hier unten war ja auch nix weiter. Ich meine, räumen wir hier jetzt nochmal weiter auf. Ich meine, vielleicht sollten wir früher später hier mal zusehen, dass wir hier durchkommen, dass wir mit dieser Schlange sprechen können. Damit wir die Siegel fürs Fleisch bekommen. Dann können wir wahrscheinlich noch mal eine Menge Geld machen. So, jetzt wird's allerdings auch schon wieder Abend. Und ich fährt jetzt einfach... Ich fährt jetzt einfach... Das können wir noch nicht. Wir brauchen Technologie. Technologien, schauen wir mal. Was können wir dann so machen? Hartes Zeug. Hartes Zeug. Also da könnten wir wahrscheinlich... gefertigt haben... Gefertigt haben Vorbereitungsplatz. Vielleicht kann man da irgendwie mal hier... Ich würde sagen, schalten wir jetzt einfach mal frei. Ah, okay. Herstellen Granit einfach... Okay. Wir müssen das erst noch freischalten. Dann können wir das zumindest alles herstellen. Landwirtschaft und Naturbeete umpflanzen. Umpflanzen, glaubhaft für einen Apfelbaum, für einen Beerenstrauch. Herstellen Honig und sammeln Bienenwachs. Beet mit Stäben. Beinlese. Gucken, gleich noch eine primitive Schmieden. Diesmal machen wir das mal, damit wir uns paar Nägel und sowas herstellen können. Rein, Renold, Steinmetz, Bergbau. Okay. Können wir also noch eine ganze Menge machen. Und hier sind nur noch die Kochrezepte. Also in Grabstellen haben wir die Frage, was das umpflanzt. Ob das Sinn macht für Apfel, Baum und eventuell für Beerenstrauch. Dann könnten wir die bei uns hinstellen. Oder Imkerei. Ich mach jetzt erstmal hier Imkerei, ne? Ach, siehst du. Und da kommt dann auch das Sammeln Schmetterling, Sammeln Motte und Sammeln Biene. Spirituelles Wissen oder Geisterwelt. Dann bekommst du am Studiertisch im Kirchenkeller. Okay. Da müssten wir jetzt mal gucken, dann kann es jetzt auch sein, dass wir hier diese Umwandungen herstellen können. Oder auch nicht. Und da stellen wir noch ein paar Balken erstmal her. Damit wir schon mal ein paar Balken haben. Machen wir nochmal. Nutzen wir die Chance jetzt eben, um das noch zu bauen, solange es noch halbwegs hell ist. Und dann können wir uns gleich nicht zeitig zum Bett legen. Dann können wir morgen nicht den Honig wegbringen. Dann haben wir die Quest immerhin schon mal erfüllt. Wir sammeln hier nebenbei nochmal ein bisschen Stein. Dann ist der Stein auch weg. Sehr schön. Dann haben wir den auch weg. Gut. Können wir hier noch irgendwas Sinnvolles bauen, was wir jetzt vielleicht in nächster Zeit bräuchten. Hülzener Amborst. Ich frage mich, wofür der jetzt gut ist. Zeigt uns auch nicht an. Ne, leider nicht. Jetzt wird es nebelig. Halt, wir hätten noch eben schnell hier unser Holz ablehnen können. Hier in die Kiste packen. Die weg. Die weg. Die Steine können da rein. Das Eisen jetzt lassen wir auch mal hier. Den Honig behalten wir hier. Das brauchen wir im Rohr. Das Fleisch lasse ich jetzt auch einfach mal drin. Dann legen wir uns mal schlafen. Und sobald es dann hell wird. Joa, ihr wacht schon auf. Das ist gut. Ich fühl mich so erfrischt. Okay, können wir hier eigentlich irgendwas Leckeres mal kochen oder so? Beerensaft. Wofür ist der denn gut? Zeigt auch gar nicht an, ne? Komm, machen wir uns mal schnell einen Beerensaft. Dann können wir mal gucken, was der uns bringt. Und Beerensaft. Ich fertig dann. Eigentlich kann ich ja gar nichts mehr machen. Naja. Okay, jetzt mal hier rein. So. Gehen wir mal in die Sch... ins Dörfle. Komm ich hier durch? Ne. Bringen wir mal unseren Honig weg. Dann können wir auch mal gucken, ob wir hier auf dem Hof irgendwie sowas wie Sameln oder so kaufen können. Ob es hier bei ihm irgendwie sowas zu kaufen geht. Mir ist lang... Mir ist so langweilig, wenn ich nichts zu tun habe. Nö. Da können wir nichts kaufen. Wieso können wir uns hier nicht einfach irgendwas klauen? Da können wir auch nicht rein. Hier ist nichts, da ist nichts. Ich weiß auch nicht, ob es das beim Händler gab. Da habe ich ehrlich gesagt so nicht drauf geachtet. Schmied. Ich glaube, ich muss noch weiter nach unten, ne? Mal gucken, da ist der Sch... Wo bin ich denn jetzt? Da muss ich hin. Da ist der Schmied. Ne, wir sind schon viel zu weit oben. Ne, unten. Da müssen wir weiter hier oben. Und dann rechts. Und dann rechts. Ich glaube, hier war, ne? Das war, glaube ich, unser Honigmong. Ding Dong, Bing Bong. Ich bin der Digo. Ich bin der Digo. Hier nehme ich Honig. Oh Mann, wie süß. Was ist jetzt mit dem Kucherezept? Denk einfach dran. Kuchen kann nicht süß genug sein. Süßigkeiten helfen dabei, die Sachen von einem anderen Blickwinkel auszusehen. Um mehr zu lernen. Herstellen. Kuchen. Super. Samenöl kann wir uns geben. Hanfseil. Hanfsamen. Ey, cool. Ich glaube, wir nehmen einfach mal... Das machen wir mal hier. Nehmen wir mal so drei... Ah, sagen wir mal vier Hanfsamen mit. Können wir wenigstens ein bisschen Hanf anpflanzen. Was ist das hier denn für eine Maschine? Das würde mich hier immer interessieren. So, für den anderen Kelly müssen wir Motten sammeln. Wohl eine Flasche Wein. Den müssten wir wieder auf den Hexenhügel treffen. Gegen den müssen wir das jetzt mal anbauen können. Er reicht fünf auf dem Friedhof. Sechs Motten. Die können wir noch nicht fangen. Bring vier Silber ins Fischfilet. Das können wir auch noch nicht machen. Nicht bevor wir überhaupt angeln können. Finde einen Stempel und verkaufe wahrerig das Fleisch. Okay, hier Insekten. Ah, da kommen wir noch nicht ran, weil wir noch kein spirituelles Wissen haben. Damit können wir umpflanzen. Verbesserung. Können wir damit machen. Schmiedekunst. Glas. Was bringt uns Glas zu dieser Weid? Dieser Weid zwei. Linse. Okay. Landwirtschaft. Da waren wir gleich gerade. Bauen. Brennholz. Bergbau. Kann aus Kohleadern in Beeren gewonnen werden. Kann aus Erzadern in Beeren gewonnen werden. Okay. Goldberuch. Holzarbeiten. Da können wir das Holzreparaturset. 20 und 10. Okay. Das sollten wir hinkriegen. Das ist jetzt nicht so wild. Wir stellen Steinreparaturzeugs. Okay, da kommen wir noch schneller ran. Na gut, da ist das doch nicht so ein Hexenwerk. Dafür müssen wir nur halt einfach ein bisschen mehr noch arbeiten. Und dann kommen wir da auf jeden Fall ran. Dann sollten wir das auch erstmal machen. Das bimmelt. Warum bimmelt es? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Manchmal hat man so ein Bimmeln im Ohr. Aber irgendwie weiß ich noch nicht so recht, wofür das ist. Oder wann das kommt und was das für einen Grund hat. Wann wir hier eigentlich schon mal jemals im Feld nach Süden gelaufen? Ob es da noch irgendwas gibt? Ja, tatsächlich noch Leute. Ich muss meine Arbeit erledigen. Oder Vater wird furchtbar böse sein. Ja gut. Ah, guck mal. Ich sehe gerade was. Hier unten scheint doch irgendwie ein Erzlager oder sowas zu sein. Oder ein Kohlelager. Da kommt man wahrscheinlich so noch nicht hin. So, was hat er noch? Was auch immer du mir verkaufen willst, ich kaufe es nicht. Sogar wenn es Drohungen oder magische Tränke sind. Ich schaue mich nur um. Ich weiß nicht, was hier los ist. Aber alle sagen mir, dass ich ein Friedhofswerter bin. Oh, dann bist du ja... Hä? Oh, oh. Dann bist du ja sogar noch schlimmer als diese verschlagenen, wandernden Händler. Euer ganzer Berufsstand ist mir suspekt und ich mag dich überhaupt nicht. Jetzt, da du weißt, was ich von dir halte, können wir ins Geschäft kommen. Brauche ich etwas Bestimmtes, um ein guter Bauer zu sein. Du musst wissen, wie man die Bohnen dümmt und bereit sein, knochenharte Arbeit zu leisten. Um ehrlich zu sein, siehst du nicht unbedingt wie ein Bauer aus. Kauf dein Kram lieber von einem Profi wie mir. Mit meinem Gemüse kannst du etwas Schmackhaftes zaubern. Herstellen Karotten, Schnitze, herstellen Eischüsse Sauerkraut und herstellen Rübenscheiben. Rübenscheiben. Okay, nicht schlecht. Handeln. Siehst du, hat es sich auch erledigt. Jetzt wissen wir nicht, auch wo wir das bekommen, die Sachen. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier auch überall ein bisschen was von mild Karotten-Samen. Sieben mal erstmal. Kohl-Samen. Uh, nicht so viel. Sag mal fünf erstmal. Fünf mal Kohl-Samen. Rübensamen nehmen wir ein bisschen mit. Rübensamen sind nicht günstiger, oder? Ja, weiß ich auch nicht. Sex mit. Kohl-Samen, Karotten-Samen, Rübensamen. Rübensamen, Kohl-Samen, Karotten-Samen. Neh, hier auch ein paar Weizensamen mit. Ach komm, nehmen wir fünf Weizen-Samen auch noch mit, da müssten wir alles haben. Da ist unser Geld zwar alle, aber ich würde sagen, dafür haben wir genug Kohl, der Maulow ist ja cool. Aber dann haben wir erstmal soweit alles, dass wir unsere Beete bestellen können. Damit wir für den Händler ordentlich Sachen anbauen können. Der wollte doch irgendwie, was wollte er noch haben? Karotten, Kohl, Köpfe und Rüben. So, ich würde sagen, alles das können wir anpflanzen. So, dann geht's erstmal jetzt zurück hier. Machen wir noch schnell, bevor es komplett Nacht ist, hier in zwei, drei Felder einfach fertig. Also bereiten die zumindest schon mal vor. Zack, zack. Da ein. Kommt da drei hin, dann können wir das noch ein bisschen aufteilen, je nach Sorte. Drei. Kommt da noch so vier Stück jetzt mal hin. So, hau rein hier. Oh, dein Werkzeug, rostige Schaufel, ist kaputt. Du musst es reparieren, um es weiter benutzen zu können. Na gut. Dann gehen wir die noch im Reparieren. Können wir das hier machen? Ich glaube wohl, ne? Die Schaufel und Schleifstein anfertigen. Dann schleift die mal wieder ordentlich. Tada. Siehst du wohl. Dann haben wir die fertig. Ich würde sagen, macht zwar nicht so viel Sinn. Ah, wir legen uns kurz schlafen, oder? Ja doch, wir legen uns kurz schlafen. Einmal schlafen. Jetzt ist es zwar mitten in der Nacht, aber machen wir in der mitten in der Nacht halt weiter. Ja, ihr Lieben, wir sind dann erst mal hier am Ende einer Folge. Ich würde sagen, wir schauen mal im nächsten Mal weiter, dass wir uns auf jeden Fall unseren Garten da endlich mal so ein bisschen vorbereiten und fertig machen. Und damit wir anfangen können, unsere ersten Gegenstände zu pflanzen. Bis dahin, ciao, ciao.